Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserem MOOC-Kurs Lernen mit Learning Analytics, erstellt vom Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft der Universität Graz. In diesem Einführungsvideo möchten wir Ihnen einen Überblick über die Inhalte des Online-Kurses geben. Der MOOC ist ein Teil des Qualifizierungsprogramms für Lehrende, die Learning Analytics in ihrer Lehre einsetzen möchten und im Zuge des universitätsübergreifenden Projektes Learning Analytics Studierenden-Fokus entwickelt wurde. Dieses Projekt wurde durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung finanziert und von der TU Graz, der Universität Graz und der Universität Wien durchgeführt. Learning Analytics findet in Hochschulen immer stärkeren Einsatz. Es ermöglicht, Lehr- und Lernprozesse aufeinander abzustimmen und zielorientiert zu gestalten. Bei Learning Analytics handelt es sich um einen interdisziplinären Bereich, der sich mit der systematischen Erfassung, Messung, Analyse und Berichterstattung von Daten aus Lernprozessen befasst. Das Ziel von Learning Analytics ist es, durch die Verwendung von Daten, Analyse, Methoden und Technologien Erkenntnisse über Lernprozesse zu gewinnen, um die Qualität von Bildung und Lehre zu verbessern. Das Projekt Learning Analytics Studierenden im Fokus verfolgte das Ziel, den Lernfortschritt und die Leistung von Studierenden durch die Analyse von Daten zu verbessern. Konkret geht es darum, Daten über Lernaktivitäten und über Interaktionen der Studierenden mit digitalen Lernumgebungen zu sammeln und zu analysieren, um Einblicke in Lernprozesse zu gewinnen, Studierende bei der Optimierung ihrer Lernaktivitäten zu unterstützen und Studienerfolge zu verbessern. Für den Einsatz von Learning Analytics wurde dieses Qualifizierungsprogramm für Hochschullehrende erarbeitet, um Anregungen zu geben, wie Datenanalysen didaktisch zielführend und studierendenorientiert bearbeitbar gemacht werden können. Das hier vorliegende Qualifizierungsprogramm besteht neben dem MOOC-Kurs aus einem Handbuch, das Sie in diesem MOOC im PDF-Format herunterladen können, sowie aus Empfehlungen für das Coaching von Lehrenden. Dieser MOOC ist ein Leitfaden für den Einsatz von Learning Analytics in der Hochschullehre. Das Qualifizierungsprogramm beinhaltet fünf Module und ist so aufgebaut, dass Sie notwendige und aufeinander aufbauende Informationen erhalten, um Learning Analytics in Ihrer Lehre zu implementieren. In Modul 1 werden die Grundlagen von Learning Analytics erläutert und der Nutzen für die Lehre erarbeitet. In Modul 2 wird das Learning Analytics Dashboard vorgestellt, einschließlich der Funktionen, die sowohl für Sie als Lehrende oder Lehrender, aber auch für Lernende zugänglich sind. Im Modul 3 wird die didaktische und technische Implementierung des Dashboards in Lehrveranstaltungen vorgestellt, um sicherzustellen, dass Sie das Dashboard mühelos in Ihrem Lernmanagementsystem einsetzen können. Modul 4 befasst sich damit, wie Learning Analytics Daten in die Gestaltung der Lehre mit einbezogen werden können. Schließlich gibt es Modul 5 didaktische Empfehlungen, wie Sie Studierende in der Arbeit mit dem Dashboard und den Visualisierungen unterstützen können. Dieser MOOC-Kurs bietet Ihnen somit Anregungen für den Einsatz von Learning Analytics in der Hochschullehre und soll Sie dabei unterstützen, Ihre Lehre an den Bedürfnissen der Studierenden auszurichten und effektive Lehr- und Lernprozesse zu gestalten. Wichtig dabei ist, dass die Module aufeinander aufbauen. Den Zugang zum Handbuch und somit zum schriftlichen Begleitmaterial zu den einzelnen Modulen erhalten Sie nach jeder Videosequenz. Im Handbuch erhalten Sie neben detaillierten Schilderungen der Inhalte auch noch Anregungen für weiterführende Literatur. Und nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit den Modulen und mit Learning Analytics. Und dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit den Daten aus der Inhalte auch noch Anregungen für den